ach je ich denke mal ich verabschiede mich jetzt schon mal weil es macht keinen sinn wenn ich hier nur noch rumlabern und scheiße sage ich verabschiede mich jetzt schon mal ich lasse einfach mal weiter rollen und ja wir sehen uns dann bei einem anderen let's play wieder und sage mal bis dahin tschö bis denne ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020